Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem weiteren World of Warcraft Legion Video mit eurem Brocken. Ja, der gute Mike L.P. hat gefragt, was sind denn die optimalen Werte für den Arms Warby, beispielsweise für den Furorkrieger. Er meint halt, es streiten sich die Geister quasi darum, was jetzt die perfekten Werte quasi sind für die beiden Specs. Und diesbezüglich habe ich mich jetzt heute Abend nochmal um Viertel vor zwölf extra dafür hingesetzt, um allgemein euch und natürlich auch um meinen Abonnenten, dem Mike L.P., der sich das gewünscht hat, dass ich darauf mal eingehe, ein Video schnell noch natürlich zu machen, wo ihr die Informationen mitnehmen könnt. Fangen wir mit den Arms Warby mal an. Bei dem Armskrieger oder Waffenkrieger, wie man ihn auch nennen kann, ist es ganz wichtig, dass ihr 70%, ihr müsst wirklich 70% Meisterschaft erreichen. Das ist quasi einfach euer Hauptziel, dass ihr einfach 70% Meisterschaft mitnehmen müsst. Wenn ihr jetzt 68% habt, kein Problem. Versucht aber 70% zu erreichen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das auf alle Fälle, wie gesagt, so viel Meisterschaft wie möglich, 70%. Ihr müsst ja nicht noch auf 80%, aber 70% müsst ihr erreichen beim Arms Warby. Nachdem ihr das gemacht habt, folgt Tempowertung. Nachdem ihr bei Tempo angekommen seid, bei Tempo gibt es übrigens keinen Cap, also ihr müsst ja nicht irgendwie 10%, 15% haben. Wenn ihr da 10% habt, 12%, 13%, was weiß ich, 20%, wie auch immer, ist das egal. Aber auf jeden Fall, nehmt so viel Tempo wie möglich mit am besten so ungefähr kritischen Trefferwert gegen Tempo quasi austauschen. Das ist eigentlich mal 70% Meisterschaft und von mir aus 20% Tempo. Dann nach Tempo folgt Vielseitigkeit und als allerletzten Wert folgt kritischer Trefferwert. Bei mir ist das Problem einfach, wie gesagt, ich spiele aktuell ja nicht mehr meinen Krieger. Ich habe Rerolled auf Demon Hunter, deswegen. Aber natürlich beschäftige ich mich mit meinem Krieger noch, denn auch mein Krieger wird demnächst bestimmt wieder in die Power kommen und nach oben gebracht. Aber wie gesagt, ich spiele den Krieger gelegentlich noch dann mal, aber jetzt nicht aktiv dann. Ja, wie gesagt, meine Items haben halt das Problem, da ist sehr viel Krit drauf. Aber wie gesagt, 70% Meisterschaft, erster Punkt. Danach Tempo, zweiter Punkt. Und wie gesagt, nehmt da 15%, 20%. So viel Tempo wie ihr bekommen könnt, könnt ruhig mit. Dritter Punkt ist dann Vielseitigkeit. Als allerletzten Wert nehmt ihr dann kritischen Trefferwert mit. So, das waren die Werte für den Abendswobby. Das Ganze machen wir jetzt natürlich auch nochmal für den Furoerkrieger. Wie gesagt, die Werte werden jetzt natürlich beim Furoerkrieger nicht stimmen. Das ist ja klar. Gut, fangen wir an. Bei dem Furoerkrieger liegt das Hauptaugenmerk quasi bei Tempo. Da ist ganz wichtig, euer Equipment und eure Sockel, beispielsweise Verzauberung, sollten dafür sorgen, dass ihr 30% Tempo erreicht. Das ist als allerwichtigster Wert. Das solltet ihr auf jeden Fall erreichen, denn das ist so das Cap, was ihr mitnehmen solltet, um euren maximalen Schaden zu machen. Wenn ihr weniger habt, ist es nicht schön, könnt aber, wie gesagt, umso näher ihr an die 30% kommt, wird das natürlich auch für euch im Spielen und gerade im Damage schöner. Also auf jeden Fall, wie gesagt, bei dem Furoerkrieger auf jeden Fall als allerwichtigsten Wert zu 7.3 30% Tempo erreichen. Nachdem ihr quasi dann ein Tempo erreicht habt, folgt als zweitwichtigster Wert Meisterschaft. Bei Meisterschaft, da könnt ihr quasi das mitnehmen, was ihr dann an Equipment dazu bekommt. Also das ist jetzt nicht wichtig, da müsst ihr nicht irgendwie darauf achten, dass ihr da einen bestimmten Prozentsatz erreicht. Aber nehmt auf jeden Fall, trotz alledem, nach dem 30% Tempo, nehmt ihr so viel Meisterschaft wie möglich mit, die ihr bekommen könnt. Als dritten Wert quasi geht es dann wieder an die Vielseitigkeit und der schlechteste Wert ist mal wieder kritischer Trefferwert. Ja, wie ihr gemerkt habt, bei beiden Specs ist Crit aktuell zu 7.3 einfach nicht mehr wichtig. Spielt gar keine Rolle. Von daher, wie gesagt, nochmal ganz kurz, 30% Tempo ist das Platz 1. Als Platz 2 folgt dann Meisterschaft. Da könnt ihr jetzt quasi euch ja ausrechnen, wenn ihr dann so ungefähr jetzt bei mir es seht. Nehmen wir jetzt einfach mal Crit ein bisschen runter, dann könnte man Tempo hochziehen, dann könnte man so um die 50%, 40% plus Meisterschaft noch halten. Danach die Vielseitigkeit als dritten Wert und zu guter Letzt die kritische Trefferwertung. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ganz kurz und knapp einfach mal erklärt, welche Werte sind wichtig und welche Caps sollten auf jeden Fall zu 7.3 für den Arms- und Furorkrieger erreicht werden. Wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Dann weiß ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, was ich wann, wie und warum mache, so könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Würde mich sehr freuen, einen neuen Abonnenten in meinem Hause begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine angenehme Nacht. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken. Und natürlich wünscht euch euer Brocken natürlich auch einen guten Start in die neue Woche. Bis dahin, haut da rein. Und natürlich wünsche ich euch auf jeden Fall.